Meinst du? Wir sind uns sehr nah gekommen. Also, bist du jetzt dabei? Auf geht's. Captain! Geh! Haha! Ich hol dich von den Beinen! Nein, Brunnen! Sie sind gerade echt überrascht! Sie sind gerade rechtfertigt, genau! Hüya! Lauf! Lass uns sein, ey, Leute! Ist doch noch bereit! Na, wie ist das? Hüya! Hüya! Ja, lauf lieber weg! So! So! Machst du meine Pfeile? Hahaha! Hüya! Ich werde es dir nicht leicht machen, Aloy! Hüya! 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 Überraschung! Hüya! 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 Ich hab dich! Haha, das ist der Sieg! Nicht schlecht für einen Grünschnabel, was? Ich glaube, du hast eine Chance gegen Rotzahn zu gewinnen. Sofern ich's nicht vor dir schaffe. Dann versuch's doch. Hex meinte, er hätte eine neue Strecke entdeckt im Himmelsklangebiet östlich vom Bollwerk. Du solltest sie ausprobieren. Für meinen Sieg gegen Rotzahn kann ich auch mit einem echten Reiter trainieren. Mal sehen. Wenn ich in der Gegend bin, vielleicht. Ich schärfe schon mal meine Pfeile. ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nichts hindert mich daran, ein Boot zu nehmen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auf dieser Seite bewacht auch niemand die Fähre. Wo sind die Quen? In Landfall vermutlich. Dann mal auf die Suche. Es sollte im Nordosten sein. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Und das war's. überwacht ich brauche ihre daten krieg ich sie runter das da vorne muss der eingang nach landfall sein die Das ist der Eingang nach Landfall. Hey, ist sie das? Die lebende Ahnen. Die Wahrsagerin hat nicht gelogen. Sie sieht... Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen. Bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai! Eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnen wie Alva es glaubt oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser Ehrenwärter, Xi'o. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein Xi'o. Wie kann sie als Sobek erscheinen? Und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnen in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich. Lügen werden uns nicht reichen. Nun, sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Faro's Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit. Doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien. Aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen unterirdischen Palastes. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin? Ah. Nein. Das ist ein Problem. Eins von vielen. Und mit der Zeit werden wir sie alle lösen. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Das ist ein Problem. Also, erstattet Alva dir Bericht? Ich wurde von meinen Kollegen im Rat der Aufseher beauftragt, die Datenbeschaffung auf dieser Expedition zu beaufsichtigen. Ja. Und du leitest die Expedition? Er macht viel mehr als das. Du sprichst hier mit dem Cousin des Kaisers, der Quen. Dem Erben der Lande des großen Deltas. Dem ersten Sio seit fünf Generationen. Sie muss nur verstehen, dass ich hier das Sagen habe. Und dass ich vorhabe, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Ich auch. Wir haben Glück. Ihr seid in diesen Schiffen über das Meer gekommen? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte sieben Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach. Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Gut zu wissen. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkäfer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist.